Hallo DigiDigant, willkommen hier bei Folge 28 von Digimon Boyer 2003. Ja, wie ihr bereits merkt, ich habe ausgeschlafen. Ja, es ist ja jetzt schon zwei Wochen her und äh... Vergangene Nacht habe ich ausgeschlafen. Ja, ich habe überhaupt an sich geschlafen, das ist doch schon mal sehr vorteilhaft. Und ich habe auch den Morgen damit verbracht, zu trainieren. Wie ihr seht, sind jetzt alle auf Level 20. Das hat auch den positiven Nebeneffekt, dass jeder jetzt nun auch sein Ultra-Level hat. Das heißt, Gilmon hat jetzt Wargromon, Agumon hat dann jetzt Heilgrämon und Kumamon hat Grableomon. Ich war außerdem, nachdem ich mit dem Training fertig war, noch in Aska City kurz einkaufen und halt für Kumamon eben Grableomon in die Digitation mit reintauschen, weil da waren die drei Plätze halt schon voll. Dann muss man zum Labor und das dann austauschen gehen. Und war in Aska City. Ihr habt noch ein bisschen Ausrüstung gekauft. Denn mir ist nämlich eingefallen, in Aska City war ja dieser super geheime Secret Shop mit den super geilen Waffen. Und ich hatte durch das Training wesentlich, äh, ordentlich, äh, Geld. Geld, einfach nur Geld. Schaut euch zum Beispiel Agumon an. 681 Damage. Was hat er vorher gemacht? Wir haben was um die 200. Alles nur durch Asrüstung. Toll, ne? Ich bin begeistert. Kumamon ist ein bisschen noch, äh, abgeschlagen. Da gab's leider nur die Power-Waffe. Also diese, diese Handringe. Die konnte ich irgendwie auch noch einmal kaufen. Das heißt, Kumamon dümpelt im Moment bei 363 Damage rum. Aber das ist auch okay. Er ist ja immer in der Tank. Er hält dafür relativ viel aus. Gefühlt. Und durch seinen Hammer Rush kann er auch gut austeilen. Apropos Hammer Rush. Grissmon habe ich auf Lampen 99 gebraucht beim Training. Dadurch konnte ich Hammer Rush laden. Sodass jetzt auch Drabbleomon und Cubimon Hammer Rush einsetzen können. Also laden heißt ja, dass dann die anderen beiden Digitationen, die ich noch mit dabei habe, das dann auch machen können. Weil das wollte ich ganz gerne noch haben. Bei Hammer Rush ist halt eine coole Attacke. Wenn ich ein bisschen MP da rein investiere, dass er dann dreimal halt normal angreifen darf. Das ist eigentlich schon recht cool. Und bei Gilmon? Ja, hat sich nicht viel verändert. Ich hatte versucht, die Tuskmann um ihr Counter-Wappen zu bestehlen. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Es ist fürchterlich nervig. Deswegen befinde ich mich mittlerweile auch schon bei... Da steht ihr gar nicht. Bei, ich glaube mittlerweile 24 Stunden. Gut, beim Training habe ich teils auch auf doppelter Geschwindigkeit gespielt. Damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und ich hier nicht den ganzen Tag sitze. Aber es hat trotzdem sehr lange dauert. Gut, was machen wir heute? Nachdem ihr jetzt so einen kleinen Recap hattet von... Oh Gott, ewig. Was machen wir heute? Wir versuchen uns heute einen Bier-Akku-Leader. Wo ja die ganzen Soldaten die Stadt übernommen haben. Wollen wir uns heute dem Leader entgegenstellen und die Stadt von den Soldaten befreien, damit die Digimon wieder da einziehen können. Außerdem wäre es ganz nett, wenn ich hier auch mal einkaufen könnte. Jedes Mal nach Asuka City rüber zu schwimmen, ist nervig. Wisst ihr, man muss erstmal über das Gebiet mit den ganzen Tuskmon und... Ihr, diesen Ronpen-Goburimon und O談歌... ...عتamon und O談期 fiance marаков... ...mußt man erst mal durch. Dann noch durch die, durch die... ...durch unter Wasser mit Dolphmon und dann noch durch das Plug Cup, wo die ganzen schwachen Schellmon sind und wo ich denke... Und das alles nur um Ausrüstung zu kaufen Oder halt um eine Digitation auszutauschen Zum Heilen Das ging ja sehr gut an der Oase Weil ich meine Durch einen Kampf habe ich 200 Bit gekriegt Und für drei Digimon kostet das dann Irgendwas so um die 130 Bit Die ich bezahlen muss zum Heilen Ist okay Super Verhältnis Aber die Wege, schrecklich So Der Biakodom Übrigens Biako ist der Weiße Tiger Biakomon Beziehungsweise Ne Moment, war das Biakomon? Ich bin gerade verwirrt Ich bin verwirrt Lass mir das Zu welchen muss ich denn hin? Ich rede erstmal mit denen hier Die sehen ja ungefährlich aus Hey Kid, du forderst den Lieder raus Ich wette 100 Bit Auf dich In dieser Stadt Sind noch mehr Spieler Du bildest dir nur ein Dass du sie nicht sehen kannst Ach Der ist nur ein Kind Der ist keine Gefahr Hallo Hihihihi Sieht nach einem neuen starken Lieder aus Eigentlich weiß ich nicht, ob das eine Frau ist Aber es ist mir eigentlich auch egal Eine neue, an einem vierten, an einer Stimme Werden mir jetzt spontan nicht eingefallen Sorry Hier geht es nicht durch Geht zum Lieder Okay Dann gehe ich heute zum Lieder Bist du wo Bist wo der neue Herausforderer Komm doch herein Biakolina wartet schon auf dich Es ist echt schwer Sich diese Abkürzungen spontan aus dem Kopf zu übersetzen Wenn da nur B-Y steht Und ich lese erst mal Bye Dieses englische Bye Von Bye, bye, bye Biako, genau Das ist manchmal echt anstrengend beim Vorlesen Das muss ja so Muss so fortsetzen Wir haben schon auf dich gewartet Schnell Kämpfe mit unserem Lieder Lass mich in Ruhe Please Hallo Willkommen Herausforderer Auf geht's Warte eine Sekunde Zuerst habe ich eine Frage Erster Kampf Wie willst du So sag ich dir alles Okay Ich werde auf keinen Fall verlieren Wow Oh, ein Numeimon So Ihr seht hier Ein wunderschönes Grand Leomon Grand Leomon War ja damals In dem Spiel neu Ein neues Digimon Und Oh Ich Hab das so geliebt Dieses Grand Leomon Stundenlang nur anzuschauen Weil es so cool aussieht Ah So Egal Genug geschwärmt Hammer Rush Es kann natürlich jetzt auch keine Techniken Aber Dadurch dass ich die laden konnte Ist es ganz okay 238 Damage Digimon Herausnehmen Oh nein Noch ein Numeimon Gut Dann Zeige ich euch einfach mal die anderen noch Übrigens Ganz witzig beim Training Als Greymon gerade 50.000 Mal von den Gegnern angegriffen wurde Hat sich ja die Explosionsleiste gefüllt Da ist Greymon einmal zu Sky Greymon digitiert Und dann beim nächsten Mal zu Black War Greymon Das fand ich persönlich irgendwie witzig Weil er dann so nach dem Thema Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Scheiß Gegner Auf diesen Scheiß Dokunemron Ey Diese Scheiß Kackspinner Ich geh jetzt hier zu Black War Greymon Hau ihn da Terror Ding jetzt drauf Und dann Bärchen die Scheißspinner weg Ja Metallgermon So Metallgermon Na schön Freigeschaltet Auf Level 20 Agumon zu trainieren War übrigens keine schöne Sache So Agumon kann Triple Fire und Flame Ball Das sind die Sachen Die ich von Greymon hab laden lassen Greymon konnte jetzt übrigens auch noch Flame Lance Was ganz cool war Und seine 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 Hauptattacke Seinen Hauptangriff Nova Blast Also Mega Flamme Aber Ja Triple Fire reicht Das ist dreimal Feuerangriff Auch wenn es ein normal ist Gut Ach Das zieht hier überhaupt nichts Ich sollte eventuell evaluieren Mit einem normalen Angriff Das Nomemon In Stücke zu schlitzen Ja 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 Das sollte ich Ja Ja Das sollte ich Oh nein Es pupst mich an Hör auf mich an zu pupsen Pupse ich zurück Oh es ist tot Das ist sowas Schade aber auch Ach der hat nur zwei Achso Okay Dann wechseln wir jetzt auf Wargrownmon Damit ihr dieses Welche Szenen Auch mal seht Zumal Metallgräber Und ja sowieso Fast doof ist Genau Wargrownmon Finde ich persönlich Nicht so schick Vom Wie heißt das Charaktermodell Genau Ich weiß nicht Es sieht irgendwie doof aus Das ist toll Das ist Wir geschlagen Metal Attack Genau Von Metallmami Man kann sich Metal Attack Laden lassen Das ist ganz gut Weil so hat Gameon wenigstens mal Einen ordentlichen Magieangriff Zum wegbashen Haut auch ordentlich rein Achso Der will tauschen Ja toll Du kannst natürlich Nicht tauschen Wenn du keinen Dichtstwert zum tauschen Hast du Idiot So Das war's Gewonnen Easy 645 Bit Naja Ich mag dich Du bist stark Also gut Es geht um diesen Typen namens Lucky Maus Einen Moment Lass mir Jako Zeichen Ist in diesem Raum Hol es dir Dann höre ich dir zu Okay Ich bin sofort Zurückwarte hier Lagerraum Er ist leer So wie meine Seele Hä? Seltsam Ist ja gar kein Abzeichen Klub Klub The fuck The fuck Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Was ist denn jetzt? Oh Oh shit Oh shit Oh shit Woah Untergrund Au Das hat weh getan Oah, wo bin ich? Oah, ich bin in den Keller gefallen. Wie komme ich denn hier wieder raus? Ah, muss mal was trinken. Ah, kühn ist klar, ist nass. Hallo, ich würde hier gerne wieder raus. Da ist wohl hier eine Verbindung kurz unterbrochen worden. Geh hinunter und halt dich ruhig wie alle anderen. Was? Was, keiner? Lügt mich nicht an. Keiner kommt aus dieser Höhle. Sorry, hier geht's nicht durch. Wir haben dich. Gau, 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 gau. Okay, Freaks. Ich kenne da noch so Freaks. Die sind da oben am Tisch und spielen Mau Mau. Huch. Was liegt denn vor dem Loch? Wo ist der Stein? Ich würde eher sagen nur Mehmann oder sowas, wie das Wabbel. Bin kein Stein. Was zum... Wie gesagt, Piakus CD ist gefährlich. Bist du ja nur Mehmann. Ach, Moment, da hatte ich ja ganz anders gesprochen. Richtig, ich erinnere mich. Richtig. Ich helfe dir. Komm mit mir. Hier sind wir sicher. Danke. Was ist denn mit den Leuten aus Biakus City? Elida hat mich... Elida hat gelogen und mich in den Keller geworfen. Der Lida und die anderen sind Betrüger. Was? Wer war das denn? Das geht dich nichts an. Um den echten Lida zu treffen, musst du in die Möbius Wüste. Hey, Augenblick. Was geht hier eigentlich vor sich? Wir können nichts denn nicht sagen. Hör dich vom Biakus CD fern. Na gut, bis dann. Also gut, dann suche ich den echten Leader und rede mit ihm. Oh, Mist. Okay, bleib, bleib vom Yaku City. Ah, ich mag das zu machen. Ja, also wir haben jetzt rausgefunden, der Yaku City, der war natürlich ein Betrigger, wer hätte es gedacht. Bei den ganzen Soldaten unterfällen den Digimon eigentlich keine große Überraschung. Okay. Wurde ich wenigstens vollständig geheilt? Ich weiß es gar nicht. Nee. Wurde ich nicht. Wurde ich nicht. Tatsächlich nicht. Das argomaten Symbol in der Mitte oben ist grün. Das heißt, es ist angeschlagen. Toll. Gelernte Technik. Lightning Slash. 22 Bit. In your face. So. Äh, die Möbiuswüste ist ein ganz blöder Ort. Das ist der Ort, von dem ich euch, glaube ich, war das im letzten Part erzählt, oder? Mit von wegen, ja, zwei Screens nach oben, drei nach links, vier nach fünf, fünf nach rechts, dann wieder zwei nach oben und dann nochmal zwei nach unten und dann bist du da. Und dann denke ich mir so. Pfui. Pfui. Ich hab darauf keine Lust. Oh, ein Tuskmon. Das ist nice. Eventuell kriege ich es ja im, äh, ins, äh, Play. Eventuell. Während der Aufnahme wäre ja nice. Misch. So, ich setze jetzt Grormon ein, weil Grormon die Technik Ficking Claw ja noch hat. Wow, Grormon kann die, glaube ich, auch ab Level 15 lernen. Aber, so weit habe ich jetzt ja leider noch nicht. Komm schon, Grormon, zieg's mir. Gib mir das Counter-Fatten. Please. Juhu, der Enkel das war. Yay. Ähm, Entschuldigung. Da kann ich dich ja jetzt fertig machen, eigentlich, ne? Äh, Metal Attack. Ciao. I love you. Robo, du bist eh. Du bist eh, meine Tage. Ah, toll. Toll, tatatata. Ich freue mich. Wisst ihr, ich habe hier eine Stunde gesessen und habe versucht, den Shit zu kriegen. Und dann hier direkt beim ersten Mal. Hm. Lacker. Lacker, ich. So, direkt ausrüsten. Wem gebe ich das denn? Ich gebe das am besten dem, der vorne steht und, äh, halt trainiert. Zum Trainieren da ist. Würde ich sagen. In dem Fall wäre es Kuma mal. Na. Hm, Ausrüstung. HP Proxy hatte ich auch bekommen. Das senkt ein bisschen den Schaden. Ich gebe jetzt das Counter-Wappen. Das Counter-Wappen bewirkt, dass wenn ich, ich glaube, normal angegriffen werde, durch einen physischen Angriff, dass ich dann automatisch mit gleicher Stärke zurückschlage, ohne dass es als ausgeführter Angriff von mir gilt. Das heißt, ich kann danach regulär nochmal angreifen. Ähm, ja genau. Zum Möbius-Wüste. Ugh. Ich habe den Ort verdrängt schon. Oh, Mann. Hallo, Lisa. Tschüss, Lisa. Ja. Zum Glück sind die beiden hier. La 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 la. La 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 la. Ähm, hier rauf. Dann muss ich hier rumbleiben. Und dann bleibe ich hier unten irgendwo unten links. Wenn mich meine feuchte, feuchtfröhliche Nase nicht täuscht. Ugh, Dokuno, Mann. Ich hätte das, äh, den Gift, Anti-Gift-Ring nie drin lassen sollen. Oh, Mann. Ich dachte, die tauchen nur bei der Oase auf. Ist das doof. Lightning Slash. Los. Fritzelblitzel, das Ding weg. Ja, gut. Das hat sich... Ach, toll. Bitte sei nicht vergiftet. Bitte sei nicht vergiftet. Bitte. Oh, Gott sei Dank. Bitte sei nicht vergiftet. Oh, Gott sei Dank. Los, Bash ist weg. Bash. Bash, diese dusselige Scheißspinner. Aber weg. Was ich bei Hammer Rush übrigens toll finde, ist, dass da halt wirklich jedes Digimon dann so eine extra Dreifach-Kombi-Animation hat. Das finde ich halt cool, vom Optischen her. So, äh, hier hinten, war da was? Nein. Gut. Dann auf zur Möbius-Wüste. Ah, ne, jetzt kommt erst mal die südliche Lärmbüste. Alles klar. Okay. Äh, da oben war ja ein Agamon. Hinter der Möbius-Wüste ist ein hoher Turm. Da war ich noch nie. Daher weiß ich nicht viel. Schade eigentlich. Ja. Jetzt muss hier, glaube ich, auch noch ein Gilmon stehen. Ja. Ich war in der Möbius-Wüste. Das ist gefährlich. In der Weite verliert man sich leicht. Ah. Die Möbius ist dann gefährlich, auch wenn du dich verirrst, geh nach Norden. Ja, weil dann komme ich wieder raus. Aber es sagt mir keiner den Weg. Und ich kann jetzt nicht einfach nachgucken im Part. Das ist ja ruf. Wie war denn das? Ähm. Ich glaube, das war dreimal runter und dreimal links. Ich könnte mich allerdings auch erinnern. Ah. Jetzt weg. Hast du noch einen Tipp für mich? Nicht die Sicht. Wenn du dich verirrst, geh nach Norden. Ja, toll. Okay. Ich bin jetzt einfach immer nur nach, äh, geradeaus gelaufen. Ich mach's jetzt mal anders. Ich lauf jetzt die ganze Zeit nur nach links. Vielleicht war's das ja. Schauen wir mal. Zwei. Zwei. Kampf. Krokatorimon. Again. 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 Hammer Rush. Yes, please. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob das funktioniert. Äh. Müssen wir abwarten. Ich hoffe, es funktioniert. Diese Wüste ist wirklich halt das, was mich an dem Spiel so ankotzt. Klar, es ist ein spielerisches Element und es ist auch nice. Whirlwind. Nice. Genauso nice wie das. Uh, da ist ein paar Zucker. Aber ich finde es halt wirklich fürchterlich nervig im Nebensinne, weil es halt total unfass ist, weil man eben keinen Hinweis darauf bekommt, wie man zu laufen hat. Äh, ich wollte sortieren, nicht der Status. Wie will ich denn? Wolf macht komische Sachen. Wolf Dirt Mode, äh, wie das aktiviert und so. Dings. Ihr kennt das ja. Ja, ich bin da. Uh, 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 uh. Hier müssen wir hin. So. Was der Mirageturm allerdings für uns zu bieten hat, ich denke, es ist, soll ich hier Schluss machen? Ja, ich denke, das ist eine ganz gute Gelegenheit, hier Schluss zu machen. Und dann sehen wir dann in der nächsten Folge, äh, obwohl, ich weiß nicht, ähm, hm, ich hatte, ähm, 10 nachgeguckt. Kann ich in Outer City während der Aufnahme da raus scrollen? Das wäre super. Dann könnte ich nämlich jetzt eben schauen, ähm, seit wann ich aufnehme. Das ist hier, ähm, seit, ja, äh, bin ich, seit, äh, äh, Gut. Ja, ja, kriege ich es hin. Kriege ich das hin. Wahrscheinlich hier nicht. Ähm, ähm. Nein, kriege ich nicht hin. Also so seit 7, 8 Minuten, das heißt, wir sind jetzt schon bei 30 Minuten. Ja, gut, ich werde es einfach schneiden, ein Stückchen weit. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Fischchen da oben da, wenn ich, der Fischchen da unten. Kommentare sehr gerne. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Machen Sie sich, bye, bye. Morgen, seit 10 mit voller neuer Energie am Wunderturm. Von der Fischchen. Dann, bis zum nächsten Mal.